Ja, natürlich ist es was anderes, natürlich bei allem Respekt, in Freiburg ist das Niveau natürlich auch schon hoch, weil man auch in der Bundesliga spielt, aber hier mit den ganzen Nationalspielern und mit den ganzen Spielern, die über Jahre schon in der Champions League gespielt haben, kann man natürlich schon noch das ein oder andere abschauen, und das ist natürlich klar. Davon träumt natürlich jeder Spieler im Fußball, der will mal Titel gewinnen, will mal Erfolg haben, und Champions League, Weltmeisterschaft, ich glaube mehr, oder Europameisterschaft mehr geht, denke ich nicht, und das sind natürlich auf jeden Fall Ziele, die jeder Fußballer eigentlich hat auf dem Niveau.